Am Tag der Augenlisoperation sollten Sie auf jeden Fall mit einer Begleitperson kommen. Nach dem Eingriff ist man üblicherweise etwas benommen und man braucht dann eine intensivere Betreuung. Zum Beispiel sollte man in Begleitung nach Hause fahren. Vielleicht braucht man zu Hause jemanden, der die Tropfen ins Auge reingibt oder mal ein Glas Wasser serviert. Und das ist der Grund der Begleitperson. Untertitelung des ZDF, 2020